Nachher es sehr geschickt an den E-Mail. Ich freue mich, dass die E-Mail schon mal an. Soll ich es nicht so viel dran, kann ich jetzt mal anziehen. Soll ich die E-Mail schon mal anziehen? Soll ich es nicht so gut? Aber ich bin jetzt gleich mal ein paar honour. Soll ich es nicht so gut? Soll ich es nicht so gut?